Sehr beliebt war natürlich in der DDR, wie Sie alle wissen, die Witze über die Volkspolizisten oder auch kurz gesagt über den Fobo. Oh, die Fobos. Hast du mal ein Fobo noch gesehen? Ja, ich habe ein Fobo von vorne und hinten gesehen. Also, eine Frau überquert völlig schräg die Straße. Ich mach's mal, ne? Ja, so ungefähr. Da musst du schräg gehen. Ein Volkspolizist hat das beobachtet und hält sie an. Na, Bürgerin, wie gehen wir denn über die Straße? Oh, na, diagonal. So, und warum machen wir's nicht? Schatz? Öffnet die Frau eines Polizisten das Gespräch? Der Lehrer hat gesagt, unser Peter soll auf die Hilfsschule. Meinetwegen, wenn er das Zeug dazu hat. Applaus Ich bin ja, ganz bare, ich bin ja. Ich bin ja, ganz sicher. Ich bin ja, ganz sicher.